hallo herzlich willkommen zu einer weiteren folge auf der karte von im thüringen wir kaufen jetzt einen kräftigen traktor zum verdichten und ein schiebeschild für silage dazu als sie kaufen werden mieten schon großer sein hohen eigengewicht ganz gut oder kann kein schiebeschild anbauen die kann man eben reifenvariante design das sei denn egal oder hat er jetzt ohne fände radgewichte das wäre nicht schlecht das wäre ganz gut mieten wir werden anfangs fahrzeuge meistens mieten weil die nächsten einnahmen das dauert ein bisschen raum und schiebeschild sauberer schönes 3 meter 480 noch nie gehabt verteilen das gut schieben vier meter verkaufen dann brauche noch ein großes gewicht für vorne 3.000 Ich glaube, ich greife mich dran, tollen Abonnent, zwei tollen Abonnent. Gewicht haben ja viele. Super, ich würde nicht nehmen. So, sollte man noch nicht so weit verwachsen. So. Das Geräusche, ne? 80 km war das gut. Das Geräusche, das Geräusche, das Geräusche. Das Geräusche ist gerade richtig. Das Geräusche, das Geräusche, das Geräusche, das Geräusche. Das Geräusche, das Geräusche. Das Geräusche, das Geräusche, das Geräusche. 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 2.80 km arbeiten der Kopfmann eine engere Wahl den Tag nach Kauf den Tag von der Straße den Kopf geht gut 8.50 km rauskriegen nicht so Ok, wir wollen jetzt gleich die Lage auf, damit wir schnell gesichtet haben, aber schon mal eine Sache erledigt, und dann noch überlegen, ob wir noch machen können, können wir nicht behalten zum Flühen, wenn wir noch einen großen Flug kaufen. Im Flattenweg bleibt das natürlich schon hier mit der Breite hier drüber hier. Außenansicht. Fangen wir vorne an und schieben. Ach, hier ist auch noch die. Zwei. Passt hier. Jetzt mal Gas. Aufklappen. Zeg. Mal gewichtig. Zogen. Abs Duck. Zogen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 30 km aus Katerpreden Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020